Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Midnight Drain Chapter 2. So, wir gehen also den rechten Weg, weil wir keine andere Wahl haben. Wir haben leider keine echte Auswahlmöglichkeit. Was hat das zu bedeuten? Huch, die Tür. Apollo, sag mir nicht, wir müssen durch diese Tür gehen, um zum Zug zu gelangen. Irgendwie verstehe ich die Perspektive gerade nicht. Was ist denn jetzt das Krasse daran? Ach, das ist eine Wand, oder? Die ist so weit oben gelegen. Ha, das stimmt. Und wie sollen wir da hingelangen? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Naja, vorher waren an dieser Wand, war eine Treppe. Ich hab euch doch gesagt, dass ich nicht weiß, welchen Hindernissen wir begegnen werden. Verstehe. Nun, dann müssen wir einen Weg finden, dass diese Treppe wieder erscheint. Ich wusste, dieser Weg würde schwieriger werden, aber ich weiß, wir können es schaffen. Diese Tür macht mir eigentlich keine Sorgen. Da finden wir schon einen Weg. Wir haben Intelligenz, wir haben Agilität und Stärke. Und wenn wir unsere drei Stärken miteinander kombinieren, wird das ganz einfach werden. Wollt ihr nicht auch diesem Zug zeigen, zu was wir fähig sind? Ich werde diese Herausforderung gerne annehmen. Es reicht mir, hier zum Affen gemacht zu werden. Oder mich zum Affen zu machen. Ich werde diese Chance nutzen, um ihnen zu zeigen, dass sie uns hier nicht gefangen halten sollten. Wir werden diejenigen sein, die dieser Situation ein Ende setzen. Und es ist mir egal, welche Hindernisse sie uns in den Weg stellen. Und mir ist auch egal, welche Fallen sie gestellt haben. Und es ist mir egal, dass die Gegner versuchen, uns zu töten. Wir werden sie alle zerstören. Sie wollen, dass wir einander hintergehen? Dann werden wir das Gegenteil tun. Wir müssen für immer hierbleiben? Ha, dass ich nicht lache. Dieser Zug hat nicht das Recht, über unsere Zukunft zu entscheiden. Wir werden bis zum Ende weitergehen. Und daher, irgendwelche Ideen, Detektiv? Mal schauen. Ich schätze, wir sollten diesen Ort erstmal genauer anschauen. Irgendwo muss es einen Mechanismus geben, der die erwähnte Treppe aktiviert. Und wie du schon sagtest, wenn wir zusammenarbeiten, wird das nicht schwer werden. Lasst uns gehen. Okay, ein kleiner Motivational Speech von Apollo. Jetzt sind wir alle total gehypt. Und wir kriegen das hin. Okay, das ist versperrt. Hier haben wir einen... Och, nicht das schon wieder. Warum ist alles so ein Chaos in diesem Gebäude? Hier scheint es ziemlich schwer zu werden, durchzugelangen. Ich glaube nicht, dass wir so wie letztes Mal springen können. Ich werde uns einen Weg freiräumen. Das schaffst du? Ich muss doch nur ein paar Dinge bewegen, richtig? Kein Problem. Und bestimmt geht das schneller, als zu versuchen, drüber zu springen. Okay, auf jeden Fall sind da ein paar Schalter auf dem Boden. Vielleicht kann man mit denen den Mechanismus aktivieren. Überlass das mir. Achso, wir sind aber schon... Oh, okay, Moment. Ist da was zum Bewegen? Nee, okay. Also bleibt mir ja momentan nichts anderes übrig. Okay. Äh. Da ist noch einer aktiviert. So. Huch. Ah, das ist ein Teppich. Ähm. Da komme ich nicht durch. Hier komme ich... Achso, Moment. Moment. So. Okay, wahrscheinlich das da rein. Das war beeindruckend. Beeindruckend? Ich habe doch nur ein paar Möbel verrückt. Ist die Treppe erschienen? Nee, ist genauso wie vorher. Dachte ich es mir doch. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber scheinbar waren diese Knöpfe dazu da, diese Tür hier zu öffnen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ein bisschen weiter voran. Genau. Immerhin, ne? Oha, was ist das? Oh, die Tür ist hinter uns zugegangen. Was ist das? Achso, ist das ein Buch? Was? Wow, das scheint gefährlich zu sein. Äh, ich sehe etwas auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist ein Schalter. Celes kann hinüberfliegen und ihn aktivieren. Hm, das würde wohl klappen, wenn das ein einfacher Knopf wäre. Aber ein Vogel hat doch nicht die Stärke, um einen Schalter umzulegen. Ach, stimmt. Was können wir tun? Luna? Du schaffst das, richtig? Ich weiß, ich bin letztes Mal sauer geworden, weil du sowas getan hast. Aber ich weiß, du kannst es schaffen. Ich gebe zu, ich mag die Vorstellung nicht. Aber ich vertraue deinen Fähigkeiten. Ich weiß, du wirst sicher zurückkommen. Bist du dir sicher? Das ist ein ziemlich tiefer Abgrund. Ich kann den Boden nicht einmal sehen. Wenn du da runterfällst... Luna wird nicht fallen. Ich weiß, sie schafft das. Du würdest überzeugender klingen, wenn du dabei nicht zittern würdest. Ich mach mir halt Sorgen. Ich mag die Vorstellung auch nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Reisende, wenn du jetzt stirbst, werde ich dir nicht vergeben. Wir warten hier auf dich. Kann ich mit denen reden? Ich werde dich von hier aus anfeuern. Zeig uns, wozu du fähig bist. Okay, ich will nur einmal wissen... Na gut. Ach so. Äh, ach so, das ist ein Rätsel. Okay, jetzt kapiere ich das. Ähm, dann... Da weiter. Hm. 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 Moment, jetzt hab ich gerade... Ja, einfach da. Hm. Ja, Moment. Ich muss nachdenken. Da komm ich ja nicht weiter. Da komm ich aber auch nicht weiter. Ich muss irgendwie da hinkommen. Moment. Kann ich denn eventuell über... Ah, okay. So. Äh, ach Quatsch, schon wieder falsch. Nee, ach Mann. Ich hab grad voll den Blackout hier. Moment. Ja, genau so. Äh, dann so, so. So, so. Easy. Luna, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich wusste, du würdest das schaffen. Gut gemacht. Es ist echt schwierig, so zu springen, wenn man so wenig Platz hat, um sich zu bewegen. Ich könnte das nicht. Vielleicht hat ja der Schalter jetzt die Treppe erscheinen lassen. Das wäre möglich. Das wäre möglich. Aber die Tür da drüben ist versperrt. Da kommen wir nicht zurück. Dann gehen wir durch die andere Tür. Ja, wahrscheinlich ist das auch die Tür da rechts, die verschlossen war. Nee, okay, ist eine andere Tür. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Versperrt. Äh, sieht irgendwie gefährlich hier aus. Auch versperrt. Wir müssen ein Passwort eingeben, um die Tür zu öffnen. Ach, ist ja nervig. Ich hasse es, Passwörter zu raten. Hä? Oh, es scheint, wir haben Gesellschaft. Was meinst du? Verdammt. Wir sind gefangen in diesem Raum und die einzige Möglichkeit zu fliehen ist, wenn wir diese Tür aufbekommen. Aber wir brauchen ein Passwort. Du bist der Einzige, der es öffnen kann. Wir könnten niemals erraten, was das Passwort ist. Ich habe ein Dolch, aber es sind zu viele. Ich werde euch nicht lange beschützen können. Aber wie soll ich das Passwort herausfinden? Du kannst das schaffen. Wir vertrauen dir. Das ist irgendwie geil so. Woher soll er ernsthaft dieses Passwort herausfinden? Aber egal. Wir werden sie ablenken die nächsten 48 Stunden, bis du das Passwort entdeckt hast. Leih mir deine Taschenuhr. Auf diese Art und Weise werden sie dich nicht angreifen, während du versuchst, die Tür zu öffnen. Luna, Apollo. Okay, hier ist meine Taschenuhr. Versucht, etwas Zeit zu gewinnen. Ich werde diese Tür definitiv öffnen. Also müsst ihr... Ach so. Denke nach, Neil. Welche Zahl könnte es sein? Hä? Okay, wir müssen irgendwie... Nichts ist geschehen. Das Passwort ist eine Zahl. Vielleicht sollte ich etwas zählen. Etwas zählen? Es ignoriert dich. Einfach die Köpfe hier? Ich sehe sonst nichts. Die Bodenfliesen eventuell, aber das fände ich ernsthaft übertrieben. Also zwei, vier, fünf, sieben, neun, elf. Probieren wir es einfach mal mit elf. Äh. Schnell, kommt her. Das war gefährlich. Was war das Passwort? Die Anzahl an Gegnern im Raum, im Zimmer. Ach, jetzt komme ich mir bescheuert vor. Das war ja so einfach, da wäre ich nie drauf gekommen. Ha. Die Leiter ist erschienen. Oder die Treppe. Sieht eher aus wie eine Leiter. Ich wusste, wir würden es schaffen. Viel einfacher als erwartet. Es war einfach, weil wir zusammengehalten haben. Getrennt hätten wir das nicht geschafft. Ich schätze, der Schlüssel, um von hier zu fliehen, ist, einander zu helfen. Ich lag falsch. Ich dachte, alleine zu sein wäre besser. Jedenfalls. Hier, ich gebe dir deine Taschenuhr zurück. Der Zug ist nah. Lasst uns gehen. Okay. Oh, nochmal speichern. Ja, wir speichern noch einmal. So. Okay. Ah, ich glaube, wir sind auf einer Galerie. Ja, genau. Also so. Oben. Huch. Muss ich auch... Ja, tatsächlich, ich muss da runter springen. Worauf wartest du? Spring schon. Sag mir nicht, dass du Angst hast. Ich habe nicht Angst. Ich... Ich versuche mich nur mental darauf vorzubereiten. So etwas habe ich noch nie getan. Mach dir nicht allzu viele Sorgen. Wenn du fällst, wirst du nicht sterben. Du wirst einfach nur hier unten gefangen sein. Aber wir werden dann sehr viel Zeit verlieren, um Hilfe für dich zu holen. Also, um dir zu helfen. Okay, das beruhigt mich jetzt nicht gerade. Willst du, dass ich dich auf meinen Armen trage? Das wäre erbärmlich. Aber es könnte funktionieren. Nein, ich schaffe das schon. Los geht's. Ey, wieso mit Anlauf? Siehst du? War doch gar nicht schwer. Hör auf, so drama... Alles so... Hör auf, alles so zu dramatisieren. Boah, ich habe es geschafft. Natürlich kannst du sowas schaffen. Warum hast du was anderes vermutet? Weil... Jedenfalls... Gut gemacht. Soll ich dich einmal... Auf dem Kopf klopfen? Also, nicht klopfen, aber ihr wisst schon, dieses... Einmal drüber streicheln. Ich bin doch kein Hund. Äh, und jetzt? Ah. Und das plötzlich für Neil kein Problem mehr, oder was? Ist ja voll unrealistisch, ey. Äh, okay. Jetzt nochmal ein Speicherpunkt. Speicher... Oh, direkt zweimal drüber gespeichert. Hier sind verschiedene Bücher im Bücherregal. Kann ich das bewegen? Nee. Okay, hier sind... Oh! Eine riesige Bibliothek. Ich wusste, du würdest diesen Raum mögen. Hier sind eine Menge Bücher. Hier könnte irgendwo ein wichtiger Hinweis sein. Hast du sie gelesen? Denkst du wirklich, ich lese? Äh. Achso, denkst du wirklich, ich lese die alle? Da sind viel zu viele. Ein paar Titel habe ich gelesen, sehen aus wie normale Bücher. Nichts Interessantes. Davon abgesehen, selbst wenn in einem davon ein Hinweis enthalten wäre. Mir würde das gar nicht auffallen. Der Tränen. Der Zug ist nah. Lasst uns weitergehen. Warte. Was ist denn los? Willst du unbedingt die Bibliothek dir anschauen? Ja. Ach, mir doch egal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber nur fünf Minuten. Lass dich nicht ablenken. Nur fünf? Naja, besser als nichts. Aber du könntest mir ein bisschen mehr Zeit zugestehen. Okay, da blinkt ja schon was auffällig. Äh, Mystery Books sind das. Ah, diese Art von Büchern magst du doch sicher. Ich liebe sie. Ganz besonders die von Arthur Conan Doyle. Ich liebe Sherlock Holmes. Ach, ich wünschte, ich könnte all seine Bücher haben. Du hast kein Geld, um sie zu kaufen? Nein, das Problem ist nicht das Geld. Ich habe kein Haus, also habe ich keinen Ort, an dem ich so viele Bücher unterbringen könnte. Du hast kein Haus? Ja, vor einer Weile habe ich mein Zuhause verlassen und deswegen bleibe ich jetzt immer in Hotels, während ich reise. Deswegen kann ich auch nicht so viel Gepäck mit herumschleppen und daher habe ich nicht viele Besitztümer. Okay, ich dachte, du wärst so ein typischer, reicher Typ. Wirklich? Warum hast du das gedacht? Naja, das ist so der Eindruck, den du mir vermittelst. Es ist das genaue Gegenteil. Von Zeit zu Zeit muss ich sogar Aushilfsjobs machen, damit ich weiterreisen kann. Tja, ich schätze, jede Person hat ihre eigene Geschichte. Okay, ist hier noch mehr? Hier sind Komödien, da Mystery, hier Romans, Self-Help, also Selbsthilfebücher. Ah, da ist eine Tür, dann gucke ich mal erstmal hier noch. Oh, schau dir das an. Oh, ein Buch über Gebärdensprache. Das behalte ich. Warum willst du dieses Buch? Naja, Luna kann Gebärdensprache. Und wenn ich das lerne, dann muss sie das Notizbuch nicht mehr verwenden, um mit mir zu sprechen. Ich möchte, dass ihr Leben ein bisschen einfacher wird. Es muss ja sehr nervig sein, die ganze Zeit alles, was man sagen will, in dieses Notizbuch niederzuschreiben. Was? Du willst für nur eine Person Gebärdensprache lernen? Das ist verrückt. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Ja, ich gebe zu, ich werde es hauptsächlich für Luna tun. Aber dann bin ich auch in der Lage, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich finde trotzdem, dass das verrückt ist. Aber wenn ich mir so das Lächeln auf dem Gesicht der Reisenden gerade anschaue, glaube ich, dass die Mühe es wert sein wird. Oh. Was haben wir hier noch? Äh, über Wirtschaft. Und hier sind Bücher auf dem Boden verteilt. Oh, was haben wir hier? Fantasy-Bücher. Horror. Oh, okay. Abenteuer. Oh, das ist das einzige Buch, das ich in dieser Bibliothek gelesen habe. Die Abenteuer von Robin Hood. Und warum ausgerechnet dieses Buch? Es war das Lieblingsbuch eines Freundes. Deswegen war ich neugierig. Aber ich bin fast eingeschlafen, während ich es gelesen habe. Ich verstehe nicht, wie man Bücher mögen kann. Ist dieser Freund die Person, die du erwähnt hast, als wir über Blackgear gesprochen haben? Ach, sie. Okay. Ja, sie war die einzige Freundin, die ich hatte. Aber eines Tages ist sie aus Ravenwall verschwunden und kam nie mehr zurück. Hey, wir sind doch auch deine Freunde. Was? Ihr findet, ihr seid meine Freunde? Also, wir sind Freunde? Ähm. Ach so. Nur jene, die ich beim Namen anspreche, sehe ich als meine Freunde an. Detektiv. Dann hör doch einfach auf, mich Detektiv zu nennen. So. Die fünf Minuten sind vorüber. Wir müssen weiter. Ach, schade. Ich hätte mir die Bibliothek gerne noch ein bisschen weiter angesehen. Aber ich gebe zu, wir sollten weitergehen. Ich will wegen dem hier nicht den Zug verpassen. Ja, ist sowieso total dumm. Sorry, aber hier noch rumzulaufen und sich Bücher anzuschauen, naja. So, meine Lieben. Ich mache jetzt aber einen Cut. Ich nehme an, in der nächsten Folge erwartet uns dann das große Finale von Midnight Train Chapter 2. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.